Hier auf 3 zu 1, die Ecke, die ist gefühlt reingedreht. Hier Erhan, kannst du mitgucken, da hast du noch gesagt, und jetzt ist er am Ball. Und Werner am Ball, Überstreiker, Tempo-Boost, Ballrolle, nochmal gedreht, wieder am Ball, immer noch am Ball. Dann dreht er wieder rum, geht hier mit dem nächsten Skill-Boo. Hier könnt ihr eigentlich mal entscheiden, wer hier das Spiel gewinnt. Und, oh, überragend geworfen, und was, wie ein schöner Treffer hier von Riyad. Ich bin echt gespannt, wie das dazu kam, ob es ein bisschen abstaubt, boah, es ist der achte Patron. Finden sie da die Lücke, Patmas, erst noch mit dem Roulette, dann der Reverse-Elastico, zack, zack, und dann der Schuss ins kurze Eck von Patmas.